Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Winter Resort Simulator. In der letzten Folge haben wir alles gekauft oder gemietet, was man kaufen oder mieten kann. Oben rechts ist die Infokarte, falls du es noch nicht gesehen haben solltest. Und wir haben mittlerweile schon den nächsten Tag, wie man sieht, wir haben 9.20 Uhr und schon 13.500 Euro Verlust. Ist natürlich nicht gerade gut, aber es geht glaube ich auch schlechter. Alle Bahnen sind schon in Betrieb, wir können auch mal nachgucken hier, Seilbahnen, sieht doch gut aus. Die sind alle auch nicht auf Höchstgeschwindigkeit, das ist auch schon mal gut, das heißt, unnötigen Strom zahlen wir keine. Wir gucken mal, was die Gäste sagen hier. Okay, wir sind beim Preis bei 45 Euro für das ganze Skigebiet, das ist glaube ich recht angemessen. Seilbahnen sind sehr gut bewertet, Hütten sind gar nicht so gut, wieso weiß ich auch nicht. Beliefert sind alle. Wetter ist gut, das können wir aber eh nicht beeinflussen und die Pisten gehen. Wieso die Pisten nicht so gut sind, weiß ich gar nicht. Wo sind denn die Pisten? Hier Pisten. Sehen aber eigentlich alle ganz gut aus. Naja, kann ich jetzt auch nicht helfen. Wir können aber mal hier nach unten fahren und gucken, ob da einige Gäste rumlaufen oder ob wir das ganze Skigebiet wieder nur für uns betreiben. Wir können aber auch nicht helfen. Musik 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 Okay, man sieht schon von hier, dass da ein paar Leute stehen. Das ist ja schon mal gut. Und hier beim Fahren hat man auch gesehen, dass da ein paar Leute entgegenkommen in den anderen Gondeln. Das bedeutet, so pleite sind wir gar nicht. Wie man sieht, wir haben jetzt auch nur noch 6.500 Euro, minus an diesem Tag, vorhin waren es noch über 10.000. Das heißt, Gewinn machen wir schon. Nur die Frage ist, wie viel? Denn wir müssen natürlich die ganzen Mietkosten decken. Wenn wir mal gucken, hier 376 Karten haben wir heute verkauft. Aber die Mietkosten am Ende des Tages sprengen dann schon den Rahmen, bin ich ganz ehrlich. Denn alle Seilbahnen habe ich natürlich nur gemietet und alle Pisten gehören mir selber. Aber auch dieses Beschicken und diese ständige Gesprenger der Lawinen und dieses Präparieren, das nimmt dann schon ordentlich Geld weg. Und dann kommen noch die Hütten und wollen beliefert werden. Also da bleibt dann nicht mehr viel für mich über. Wenn ich ehrlich bin, bleibt gar nichts für mich über, glaube ich. Werden wir jetzt sehen. Ich werde dann mal die Zeit ein bisschen nach oben drehen. Und dann gucken wir mal, ob wir Gewinn machen. Aber wir werden jetzt erstmal die höchste Bahn mal fahren. Die sind wir noch nie gefahren. Denn hier Bahn E, das ist die Stubhornbahn. Die geht ja an die höchste Stelle der ganzen Map. Da werden wir jetzt mal hinfahren. Und dann hier die Birste 10 runterfahren. Die ist extrem steil. Und das werden wir jetzt mal machen. Ich glaube aber, mein Pickup steht sogar daneben. Deswegen einmal reinhüpfen und da sind wir schon. So, die hintere ist die Stubhornbahn, soweit ich weiß. Und damit werden wir jetzt nach oben fahren. Einmal da durch. Ist aber ein bisschen viel Schnee hier, kann das sein? Hallo? Ah. Ja gut, ich würde auf jeden Fall mal behaupten, hier ist ein bisschen zu viel Schnee. Wie man den wegkriegt, weiß ich gar nicht. So, einmal hier rein bitte. So. Dann fahren wir damit jetzt hoch. Zack. So, drin sitzen wir. Sehr gut. Dann auf nach oben. Hier neben uns sieht man schon, wie die Piste verläuft. Jetzt ist es gar nicht so steil, aber nachher bei dem hohen Hügel da wird es ordentlich steil. Da kann man dann schon mal richtig Gas geben. Das war's, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay, dann wären wir oben. Hier ist auch wieder ein bisschen viel Schnee, würde ich behaupten. Aber, ähm, ja, woran das liegt, weiß ich gar nicht. Hat die letzten Tage ordentlich geschneit, aber das kann ja dann nicht hier, aber das muss man ja irgendwie wegkriegen. Aber mit dem Pistenbully, also den ich ja letztes Mal verkauft habe, aber mit dem Pistenbully, obwohl ich habe ja gar keinen Pistenbully mehr, weil ich den dann neulich aus Geld nun verkaufen musste. Ähm, ja, aber ich glaube mit dem Pistenbully könnte man das wegkriegen, wenn die Bahn nicht beschickt ist. Aber trotzdem ist das irgendwie doof hier, so ein Haufen Schnee, da versinkt ja die ganze Bahn drin. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt an der höchsten Stelle der Map, würde ich sagen, ne. Wir können ja mal auf Spaß hier noch ein bisschen weiter nach oben wandern. Vielleicht begegnen wir dem Ötzi. Ah, hier ist so eine unsichtbare Mauer. Das bedeutet natürlich, dass hier das Weltende ist, ne. Was da hinten ist, ist nur noch Kulisse, wie im LS19, da kann man ja auch nicht überall hin, ne. Aber gut, ich würde sagen, von hier oben, beziehungsweise von hier hat man eine sehr gute Aussicht. Hier hat man sogar eine übertrieben gute Aussicht. Hier sieht man ja fast alle Bahnen, oder? Ja, ich glaube sogar ohne Ausnahme. Hier ist natürlich die Stubhornbahn. Dann ist da oben der Kristallexpress, der führt da hoch. Ich glaube, der ist sogar einen Ticken höher, als wir gerade sind. Der führt hier runter und endet da, das blaue Ding. Dann ist hier die Dorfbahn, die führt hier runter ins Dorf. Dann ist hier die Falkeneckbahn. Und wie die Bahn heißt, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Moment. Ach so, die Sonnenbahn. Okay, dann ist das noch die Sonnenbahn hier. Und hier vorne läuft die Stubhornbahn. Okay, das ist ja super. Alles auf einen Blick. Finde ich gut. Jetzt hat man mal ordentliche Aussichten hier. Hier an der Kante sieht man nochmal genau, wo die Welt aufhört. Hier. Da wird dann auch deutlich, wie klein die Welt eigentlich ist. Das merkt man auch, wenn man im Medito unterwegs ist. Dass die richtig klein ist. Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Irgendwann können wir auch mal eine Map bauen. Aber nicht jetzt. So, dann einmal auf die Skier. So. Und dann... Ach so, ja stimmt. Die Steuerung ist natürlich wieder ein bisschen anders. So. Dann. Schwarze Piste Nummer 10. Let's go. Wir fahren hier links. Dann seht ihr mal, wie schnell man hier wird. Und natürlich fährt man normalerweise zickzack. Aber das mache ich ja nie. Denn wir wollen ja schnell werden. Hier sieht man auch überall diese Anker für die Pistenbullys. Für die Schneeraupen. Weil das hier wirklich extrem steil ist. Oh. Sind wir gerade gesprungen? Meine Güte. Das ist ja wirklich eine richtig geile Piste hier. Von ganz oben nach quasi ganz unten. Oh, ich sehe gerade. Wir haben schon fast 10.000 Euro Tagesgewinn. Das ist ja der Wahnsinn. Geht doch recht zügig voran. Ist aber auch ein gutes Wetter. Muss man dazu sagen. Aber wie gesagt. Um die Tageskosten zu decken. Brauchen wir mindestens 50.000. Das sage ich schon mal vorab. Nicht, dass ihr denkt 50.000 Gewinn wären viel. Erst ab 50.000 Gewinn. Kriegen wir überhaupt was rein. Der Rest geht alles in Miete. In Strom. In die Sprengungen. Und ins Präparieren. Und dann die Mitarbeiter. Also da gehen so viele Kosten ab. Das glaubt man gar nicht, wenn man das so sieht. So, hier ist nicht mehr besonders präpariert. Deswegen einmal wieder zu Fuß. Hier hat man auch gerade gesehen. Da kommen ein paar Leute an. Die da mit nach oben fahren hier. Oh, hier kommen aber recht viele sogar. Sehe ich gerade. Freut mich natürlich. Aber da unten an der Bahn stehen kaum welche leider. Obwohl doch. Ein paar stehen sogar da. Viele sind es jetzt nicht. Also es ist nicht so, als hätte sich wegen den drei Leuten jetzt sich die Seilbahn gelohnt. Aber egal. Was ist da hinten? Nix. Ich dachte schon, da wäre eine Lawine. So, wie viele Karten haben wir denn jetzt schon verkauft hier? Okay, wir haben schon 900 Karten verkauft. Das ging ja doch jetzt relativ zügig voran. Bei 45 Euro. Machen wir natürlich auch ein bisschen mehr Gewinn. Als wenn wir nur 30 hätten. Ist ja logisch. Aber die Zufriedenheit wundert mich trotzdem fast alles über 100%. Nur halt diese blöden Hütten. Und deswegen ist die Gesamtzufriedenheit nur 75. Finde ich ein bisschen wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt haben wir schon 916 Gäste. Das geht ja wirklich schnell. Aber wir gucken jetzt mal bei den Hütten. Was gibt es denn da hier zu meckern? Ja, Digga, das ist doch wieder mal zum Kotzen hier. 8.900 Euro Kosten. Hier 13.000 Kosten. Hier 400 Euro Kosten. Und Umsatz 0, 0, 0. Das ist doch Müll. Wieso bringen mir die Dinger denn kein Gewinn ein? Ärgerlich. Habe ich mich schon mal drüber aufgeregt. So, Kredit. Was sagt der hier? Zurückzahlen. Restschuld. 400.000? Alter. Zinssatz 168,9%. Ja, muss ich los, Digga. Da muss ich aber los. Nächste Rate 41.000. Da sieht man wieder, wie teuer der ganze Müll hier ist. Ich glaube, es wäre schlauer gewesen, hätte man erstmal nur die Dorfbahn gehabt und ein paar Pisten und hätte so erstmal weitergemacht. Aber ein Zuschauer hat mir auch ein paar Vorschläge in die Kommentare geschrieben, welche Modmaps ich als nächstes Mal testen soll in der Karriere. Werde ich wahrscheinlich auch machen. Dann haben wir mal was Abwechslung. Da sind dann bestimmt auch neue Seilbahnen. Fände ich ganz interessant. Könnt ihr auch mal eure Vorschläge in die Kommentare schreiben. Was ihr so machen würdet, dann lese ich mir das auf jeden Fall alles mal durch. So, dann würde ich sagen, ähm, ach scheiße, wir haben ja gar kein Pistenbully mehr. Ich wollte mich jetzt eigentlich wieder zurück teleportieren, aber wir haben ja gar kein Pistenbully mehr. Ist natürlich ungünstig. Das heißt, wir sind hier mehr oder weniger gefangen. Wir sind gezwungen, mit der Bahn hier hochzufahren. Denn mit der Bahn hier landen wir auf der Plattform, wo eigentlich alle Seilbahnen stehen. Das heißt, eigentlich ideal für uns. Obwohl teleportieren natürlich noch ein bisschen schneller gegangen wäre. Das heißt, wir sind hier. So, jetzt sind wir auch schon auf der Plattform, wo wir hinwollten. Ideal. Hätten wir uns gar nicht teleportieren müssen. Wäre natürlich trotzdem ein bisschen schneller gegangen. So, dann wollten wir jetzt nochmal gucken hier, wie es bei der Dorfbahn aussieht. Ob da jetzt immer noch ordentlich Leute kommen. Denn so viele Leute fahren da ja gar nicht hier. Wenn man mal so guckt, sind die meisten Desseln doch nicht belegt. Hier sehe ich auch gerade keinen. Ja doch, hier kommen sogar ein paar. Das ist natürlich gut. Aber reicht bei weitem noch nicht aus, um die ganze Miete zu bezahlen. Voll sehen die auch nicht aus, hier die Gondeln. Ach, wird wieder schwierig zu überleben. Es ist ein Kampf. Ein echter Kampf ums Überleben hier. Okay, dann würde ich sagen, war es das auch schon bei diesem Video. Wenn es dir gefallen hat und du mehr vom Winterresource Simulator sehen willst, lass gerne einen Daumen nach oben da. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Dann bis zum nächsten Video und ciao. Bis zum nächsten Mal.